Heute haben wir Alsfeld erreicht. Eine Stadt, mit der ich mich besonders verbunden fühle. Warum? Das will ich euch sagen. Mein erster Doktorand, den ich als Professor hatte, der kam aus Alsfeld. Thielemann Schnabel. Ein echt kluger Kopf. 1515 war das, vor sechs Jahren. Und irgendwie war seine Promotion für mich schon was Besonderes. Schließlich habe ich ihn ja zum Doktor gemacht. Er ist quasi meine Kreatur. Denn es heißt ja so schön, ein Doktor macht den anderen. Je älter ich werde, desto mehr frage ich mich, geht es nicht bei allem, was wir tun, auch immer wieder darum zu fragen, was gebe ich weiter? Wie multipliziere ich meine Idee und meine Erkenntnisse? Wie kann ich meinen Traum von einer befreiten Kirche weitergeben? Darüber werde ich mir auf der Reise mal ein paar Gedanken machen. Bis dahin, Gott mit dir und lang lebe die Reformation!